hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge vom let's play last epoch wir sind hier die oberen nekropole genau und jetzt bald auch soweit dann irgendwann monolithen zu farmen und scheinbar ja das ist ein bisschen besser also man hat nicht mehr so viel ja wie soll ich sagen das ist schwer zu sagen also ja die gegner skalieren ein bisschen besser man bekommt ein bisschen mehr erfahrung hoffentlich dadurch und sie sind stärker also mit corruption werden die dann stärker die gegner weil es war relativ dann immer so dass es halt einfach gerade keine herauswartung gab längere zeit dann diese empowered monolithen und dann war das spiel ein bisschen zäh und das haben sie hoffentlich ein bisschen behoben weil ja jetzt natürlich dann auch umso besser euch hoffentlich auch vielleicht habt ihr schon zeit gehabt dort zu spielen und alles vielleicht ein bisschen sagen wie so ist aber mein höchster charakter ist jetzt momentan in hocktaucht ist der falcon je den ich dann auch noch zeigen möchte später aber da braucht noch ein paar items und ja der ist aber eigentlich schon ziemlich stark so jetzt muss ich kurz mal schauen wie man hier es geht so und zwar doch auf bluten gehen wir nach rechts haben wir schon und sonst vier punkte da drin haben wir auch wir können das nur noch bluten dafür müssen wir auch hier noch hin tun das sind auch zwei also der hat nicht weiter geskillt hm wenn der guide einfach nicht mehr zeigt was man skinen soll dort jo ist ein bisschen blöde ok gut das ist ja im blut entreissen ist einfach so ein utility der ein bisschen heilt ja auch nicht es gibt aber einen anderen bild den ich wahrscheinlich dann irgendwann mal umskillen kann dafür brauche ich gewisse items zum beispiel dass der gözen aus diesem empire monolithen den müssen wir dann empowered machen und ja habe ich natürlich noch einige zeit und ja ich möchte auch mehr parts bringen ich habe jetzt einfach sehr viele projekte gerade im moment geht es manchmal nicht so gut wieder zu last epoch zu kommen aber das liegt einfach daran dass ich das spiel schon relativ gut kenne und jetzt nicht unbedingt immer so im augenwinkel habe ich muss dort einen part machen sondern jo ja es ist aber jetzt gerade momentan nicht mehr so beliebt und die lust ist auch nicht mehr so extremst da bevor wir nicht in monolithen sind es ist halt akt machen und ich muss ja dringend akt 9 dann auch noch ziemlich durch machen ich werde wahrscheinlich den endboss noch nicht besiegen aber immerhin diese geht auf fortune holen ja und ich merke der falcon ist schon ein bisschen stärker der ist auch ein bisschen broken gegen bosse habe ich da ein bisschen deutlich länger gegen diese 10 gegner gegen diese gegen diese 10 gegner und ja es ist auch ein bisschen einfacher zu spielen meistens muss ich nur mit einem angriff angreifen beim falcon hier da ist ein bisschen langweilig aber aber hm immerhin komme ich gut durch und weiß dass der geht auch etwas eis ist dann vielleicht dann im live stream zeigen habe ich sowieso noch diesen einen blitzkäfer äh swarmblade da ähm den ich unbedingt weitermachen möchte immer aber mir geht es momentan echt nicht gut also ich habe ein bisschen nervenprobleme dass die nerven wirklich sagen mach jetzt nicht zu viel ich nehme dich lieber ein bisschen um deine fitness und so und ja nicht so live stream also kann momentan echt nicht live stream das gehe nicht bin jetzt auch gerade sehr gestresst durch die krankheit körperlich jetzt würde ich irgendwie ja irgendwas machen müssen was mich ähm sehr beansprucht oder deshalb muss ich einfach sagen ja jetzt lieber nicht live stream einfach tolle projekte und ich wollte schon lange auch nochmals wieder ein gt rollenspiel live stream machen und ein gt online live stream aber beides ist momentan mir nicht wohl das ist ein bisschen zu schwer kann jetzt momentan auch nicht gut finanzieren und ja dem entwicklung helfen geht er rein so und in letzter zeit habe ich auch ein bisschen geschaut dass ich das machen kann was mir gut tut und es ist halt herzlich wenig was mir gut tut also das keim hat mich ein bisschen motiviert ja ähm medieval 2 eras hat mich auch motiviert und vor allem transport fieber 2 aber so action spiele ist jetzt momentan nicht so für mich keine ahnung wieso wenn es einfach action ist und das vertrage ich momentan nicht so 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 hier habe ich geschaut war hier voll so hier voll und ja jetzt momentan bin ich auch sehr viel am wolzen spielen damit ich da wieder weiter machen kann ich muss ein komplett neues bild haben und das stresst mich auch ein bisschen weil der bild jetzt nicht unbedingt so gut zum leveln ist und ich habe einfach ein paar items nicht für gebinde die ich brauche naja und jetzt ist ja momentan auch regnum sehr beliebt wieder und ja ich muss unbedingt dort nicht livestreamen und so was war das ich bin mit vollem leben bin ich gestorben oh nein ich bin nicht gestorben ich bin vom servo ich habe es gar nicht gelesen aber das sah jetzt gerade so aus wie ein tot egal ich bin so vom servo geflogen gehts noch so wieder rein gehen so ja ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt gewesen nachdenklich jo also gehen wir wieder rein das der bug gibt es leider immer noch das ist einfach irgendwie so ein servo ich schmecke mich raus bock ich werde raus geschmissen da oben kann das sein dass wir jetzt wieder weit laufen müssen ja stimmt der wehpunkt ist erst später oh ist das wütend na das macht mich wütend jetzt muss ich wieder laufen und alle gegente jetzt gehen wir geradeaus hier hm genau alles geradeaus so sind gleich wieder dort jo genau da ran also wirklich äh ja bis jetzt finde ich diesen 1.0 patch der schlechteste patch der ähm ja last epoch als er grinding gear games wirklich raus gehauen hat er ist wirklich nicht gut balanciert es macht keinen spaß aber es gibt neue sachen und ich habe keine lust dass ein bisschen wieso habe ich hier Fisu ah ja genau Fisu ist der Spell ähm was wollte ich machen ah ja wir haben ja neue items bekommen also ich muss einfach sagen es ist ähm ja schon ein bisschen demotivierend jetzt momentan last epoch so zu sehen leider was habe ich denn noch bekommen ich habe doch noch etwas bekommen aber die Bienen ok ja weil ähm eben was sie haben gemacht ist halt einfach die Kampagne noch zäher zu machen noch unangenehmer es war ja schon wegen dem Schwierigkeitsgrad der sehr leicht war und so relativ unangenehm oder ja und jetzt haben sie es halt einfach richtig unangenehm gemacht weil der Schwierigkeitsgrad schon ziemlich ächzend wurde also das ist jo ihr seht es ja ok zu viele Gegner zu zu dicke Gegner manchmal ähm das Schaden ist manchmal nicht zu beachten und so weiter und so Sachen also ich bin wirklich nicht erfreut für mich ist es ein äh Rückschritt vom Entwickler Entwickler hat gezeigt ok sie sind noch nicht so gut wie man denkt sie haben irgendwelche Sachen Stellschrauben einfach umgestellt was einfach nur störend ist und ja mich einfach vom um spielen ab äh irgendwie wenn man jetzt einfach nur mal diese OP Waits dann sieht wie schnell und wie stark die sind das motiviert mich überhaupt nicht und in der Kampagne muss man noch so leiden so genervt sein über viele Gegner ähm und über schlechte Item Trupps ja dass ich einfach wirklich sagen muss ich bin nicht erfreut ich bin überhaupt nicht erfreut über dieses Spiel über dieses ähm momentane äh ja die Weite des Spiels oder eben weil es auch wieder einen harten Rückschritt es gibt immer noch Bugs gibt immer noch irgendwie Crash es gibt immer noch schlechte Latenzen und so ähm ja und mittlerweile kann ich auch verstehen wieso der Durchschnitt nicht so gut ist im Regen also was ich spiele wirklich manchmal schon ziemlich das Spiel ähm negativ beeinflussen und ja weil ich war eigentlich ja mindestens zwei Wochen wirklich doch ein bisschen angetan aber so ja wie ich wo er relativ müde ist wenn er zuckt so ein Spiel muss aushalten ist halt schon ähm ziemlich nervig oder es geht auf die Nerven ich ja schon wenn er nervenkrankert wenig Energie habe aber gut für andere ist es vielleicht ja toll so ein Schwierigkeitsgrad haben also es ist nicht schwer aber es ist gemein also der Schwierigkeitsgrad ist der so äh ja du musst jetzt immer dabei sein sonst bekommst du zum Beispiel ganz viel Giftschaden über der wirklich extrem stark wurde der Gift und Blutschaden von den Gegnern wurde extrem stark also der Falconi hatte null Probleme ähm der Warlock eigentlich auch aber so zum Beispiel die zwei ähm Schamanenbaits und der Druidenbait der hat wirklich Schwierigkeiten gehabt es ist eigentlich hier rechts und was mich halt immer noch nervt ist der Chat der nicht ausgeht kannst du einfach nicht einstehen du kannst zwar dass du nicht mehr schreiben kannst einstehen aber der Chat irgendwie auszustehen na geht nicht und da sind halt immer wieder irgendwelche Bots dabei die Sondesnerven ah ok ich muss eine Küste und Narbe ja also eben der Quality und so ist kein Bots mehr ich hab alle gebannt ähm die Quality vom Spiel hat halt wieder gelitten das ist eher wieder die Quantity die halt immer alles jo eingebaut wurde und eben dass man irgendwelche Items nicht balanciert finde ich einfach eine Frechheit wenn sie schon so overpowered sind dass jeder die zum Beispiel der einen Helm Over Soul oder Ding äh nicht Overlord Helm na nicht nerfed oder so Sachen finde ich einfach eine absolute Frechheit sie kündigen zwar an sie tun Spells nerven aber Items tun sie glaube ich gar nicht nerven wollen sie wahrscheinlich auch nicht also Blut Chance bringt uns vielleicht noch ein bisschen Damage bei diesem Blut in 30 Minotrop sonst ich hab jetzt gar keine neuen Items gefunden nix das man eigentlich weiter bringen kann oder Gift Schaden hm ja tut mir ja ein bisschen leid dass ich nicht so motiviert bin aber es ist gerade ja auch ziemlich ne Tortur hier nochmals durch den sechsten Akt zu gehen den hab ich jetzt nur einmal gemacht oder eineinhalb mal und ja ist schon ziemlich lehm also wirklich total lehm und sie machen halt nichts aber die die Spiele sagen gut mal diese äh Akte optional machen oder so und gut euch auf das Spiel konzentrieren was was Spass macht im Spiel aber ja es bringt ja keinen neuen Dungeon und das ist da ganz ziemlich schlimm es bringt eigentlich gar nichts Neues als vielleicht ein paar Items noch und zwei Charakterklassen das war's finde ich ja nicht so gut boah diese Debuffs die draus sind so heftigst wüsst du gar nicht was man so viele Debuffs hat nein natürlich schon aber äh hehehe oh geil das motiviert wieder du kannst mich töten du denkst du dich töten du denkst du dich töten noch das ok sie zeigen einfach wie er eingefroren wird aber mehr nicht die sieht immer noch so hässlich aus Schuhra oder wie sie heißt so steht mir irgendwie nirgends hier hat er auch ein paar Unix sag ich gerade das ist cool wow hier sieht es aber geil aus so komm ja ich hab aktiviert hu ich dachte schon es gibt überhaupt ein Crash so ähm ja jetzt hoffen wir einfach dass wir schnell durchkommen durch diese zwei Akte noch äh drei zwei Akte ähm dass es einfach wieder dorthin kommen und wo es mir auch wirklich Spass macht und euch hoffentlich auch auch wenn es ein bisschen mehr Grinder dann ist aber irgendwie ja mag ich Grinding wieder ein bisschen mehr es ist so als würde man äh einfach ein bisschen arbeiten können und nicht nur durch die Akte raschen und nicht irgendwie auf Item Jagd gehen oder so aber durch Akte laufen immer noch ey das ist so nervig das ist richtig nervig so ich weiß jetzt nicht wie diese Bone Prison geprobt werden aber ich habe doch das gespielt jetzt oder verstehe ich das ein bisschen zu verstehe ich das ein bisschen falsch wo ist Bone Prison hier das Knochenrüstung Knochengefängnis hier also ich muss es noch skillen aber ähm das bringt scheinbar Ward und das ist sehr gut jetzt haben wir einfach mehr Abklingzeit dann mal schauen mal schauen einfach nutzen immer kurz schauen wie viel und wie das überhaupt geht es macht ja nicht selber kaputt oder machen wir die selber auch kaputt keine Ahnung aber das war irgendwas was halt wirklich viele nutzten dann plötzlich dann ist halt OP so aber ich tue da eigentlich nie aufbringen auf dem Ast ich will es einfach nur zeigen können ich denke dann nehmen wir es wieder raus das Schadelsverfallsgrenze drauf das war ich das eigentlich gar nicht hier nicht also mit diesen Werten nicht ja momentan bin ich auch ein bisschen abgelenkt von meiner Spielentwicklung ich bin aber zwar ja eben nicht so fleissig aber ich kann einfach nicht alleine alles machen und ich suche mich schon sehr anstrengend oder aber ja ich habe Spass und ich möchte eigentlich dranbleiben und ich tue halt noch viel ein bisschen verändern wir haben an der Grafik muss ich noch viel verändern und an die Emotionen auch es wird noch lange gehen bis ich da wirklich Sachen zeigen kann wie ich euch auch zeigen darf oder kann vieles hat dann so mit Quellcode oder mit Ding zu tun mit Scripts und so und die möchte ich eigentlich nicht zeigen weil ich halt selber da eine Formel mache könnten andere das einfach kopieren und hätten auch sehr viel Erfolg wahrscheinlich das ist ein bisschen blöde aber es ist sehr aufwändig und deshalb brauche ich auch sehr lange so mein Lieblingsgebiet weil es mein Peze ein bisschen überfordert mein Ram also mein Pezes Ram und und ja aber ja außer laut geschleute da geht sie jetzt gerade nicht mehr so schlimm schlimm wird es erst wenn der Lefter dann heftigst angeht äh äh stark wie eine Turbine dann die er macht aber es ist ein schönes Gebild das haben sie schon schön gemacht aber nur sehr schlecht für den Pez sehr aufwendig für den Pez ja naja so ich dann durch hier und dann sind wir in Akt 7 hier sind wir noch nicht ja wir sind ja nicht in Akt 7 genau ja Zwischensequenz kommt ja jetzt erst so und das können wir dann sehr gut sind wir nochmals ein bisschen schneller neue Boots ah schön wir können sie tragen sie sind besser gut ist das ein Hühnerhütchen ok ist schon ein bisschen aufwendiger wieder für den Pez dankeschön den ist ein ob sie geil aus also es ist ein Turbine ok so die den die 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 Ja, 2 von 5 habe ich auch. Und dann ist erst wieder hier unten 4 von 5. Ost, ja, es ist ja für Schnelligkeit, schneller Laufen. Ist jetzt nicht so wichtig wie Intelligenz. Wir gehen noch weiter hin. Auf diesen Intelligenznot, den wir jetzt getan haben. Das geht dann. Gut. Ich mag Bienen. So, also Akt 7 habe ich gemerkt mit dem Fall, Conny. Wurde er nicht stark verändert. Aber ist schon immer ziemlich gut gewesen. Die Ladezeiten haben sich scheinbar auch nicht verändert. Ist eigentlich rein in eine Stadt oder so, in ein Lager. Ist länger, ist immer noch länger. Aber auch rausgehen aus der Stadt ist ziemlich lange schade. Ihr habt irgendwie ja etwas gemerkt. Der Key Speed ist schon ziemlich nach oben gegangen. Wahrscheinlich durch die Intelligenznot, weil wir auch schneller werden durch Intelligenz. Ist das halt schon sehr wichtig, oder? Macht das ein bisschen mehr, diese Intelligenz. Das ist nur 4% Schaden. Auf Intelligenz-Base. Und so. Ja, ziemlich geil. Schutz vor Tötung. Oder Schutz bei Tötung. Ja, eines meiner Lieblings-Levels, weil es so viele Gegner hat. Die Wölfe sind irgendwie sehr motivierend zum Töten. Ich liebe halt eigentlich, irgendwie Wölfe möchten sie natürlich eher nicht töten müssen. Habe sie einfach zum Beispiel in Diablo 2 remodelt. Doch sehr auch gerne als Begleiter. Und jo. Wenn ich dort auch aufs Weite komme. Sind mir Nackt 2 angekommen bisher. Und ja, es macht sehr viel Spaß. Das ist ein toller Mod für ein tolles Spiel. Für Diablo 2 Resurrected. Die neue Auflage sozusagen. Und ich habe auch geplant, alte Mods für Snale, Diablo 2. Destruction zu spielen wieder. Ah ja, genau. Die Dungeon Siege 2 wollte ich ja mal anfangen. Genau. Es gibt noch viel zu tun. Und ja, jetzt muss halt Last Epoch wieder ein bisschen liefern. Bald. Ich glaube am 9. April oder so erscheint. Und dann die neue Season. Äh, ja. Also Liga. Von S-Fixer. Und. Ich weiß nicht mehr so genau. Aber irgendwas mit Monolith oder so. Oder mit Mausoleum. Irgendwie so etwas. Und das nimmt mir Wunter. Das muss ja wieder so ein schwerer Dungeon sein. Wird jetzt endlich das Labyrinth reworked. Ja, es muss eben auch ziemlich gut laufen auf meinem PC. Das macht ja ein bisschen Probleme. Da kann man sich in der Grafik herunterstellen. Die Effekte hat nur. Und wie es wäre das. Das liegt auch an Wolken. Das funktioniert bei mir nicht so gut. Das ist... Hat irgendwie Probleme. Oder umstellen auf direkt 3D. Irgendwie weiß ich nicht. X2. X2. Da unten ist ein Schwein. So, aber langsam müssen wir kurz nach Hause machen. Na komm, machen wir noch kurz ein bisschen länger. So. Ja, diese Dinge sind auch nicht mehr das wahr. Diese Käfer sind viel zu langsam. Sie schießen fast nie, bis wir Gegner tot haben. Was kann man? Ja, ganz. Die meisten klicken dort nicht drauf auf Neuverteilen. Keine Ahnung wieso. Aber Neuverteilen heißt für mich halt auch. Einen anderen Spell nehmen zu können und so. Vielleicht Neulinge nicht so ganz klar. Also ich war ja auch mal Neuling. Ich hab das direkt gecheckt, dass ich dort reinschauen muss. Ja. Ist wahrscheinlich auch sehr viel Foul. Ich hab das hier. So, noch 3 habe ich dort zu verspielen. Ja. Ist gut. Ich war am Anfang noch ein bisschen aus. Und ja, ich muss sagen, diese Löffel, der ist sehr stark. Wenn man sich bedenkt, wie ich jetzt wieder schneller wurde. Wie langsam ich am Anfang ohnehin gerade war. Ziemlich geil. Hier ist ja eine Riss-Photonische Spalt auf Deutsch. Ähm, hat ja eine Umwandlung, dass irgendwelche, was weiß ich, Geister rauskommen oder so. Das Passionsgeschoss oder so, was weiß ich nicht genau. Und es gibt noch ein Unique, wo das in Feuer Seelen umwandelt. Und das ist dann ein neuer Bild, den ich machen will, wenn dieser Bild dann am Limit ist. Bin mal gespannt. Das Bild gibt es schon auf LastEpochTools.com, einer der neuesten Varlok-Bilds. Und ich bin mal gespannt, ob da noch Rehe mit dem Dänen-Wachen da, also mit diesen Schangenen-Wachen. So. Ich will ja nur zum Boss gehen. So, wann kann ich diesen Ktonischen Spalt dann spielen? Ich muss zum Ding da. Und auch beim Fluch will ich den Bohnen-Füßen nehmen. Äh, der da. Aber... Ich habe ein bisschen ein Problem, glaube ich. So, der Fährlich ist mal tot. Und der Kole im Leben noch. Jetzt ist er gestoppt. Hahaha, gleich muss ich es gesagt. Genau. Seemisch gut mit so Rüstung, aber... Ja, ne, bin ich bald drauf. So. Und wie es weitergeht in Akt 7. Es war der nächste Part. Und wie gut der Charakter wird. Ähm. Ähm. Jo. In Akt 8 bin ich auch wieder sehr motiviert wahrscheinlich. Jo. Ist aber jetzt gerade wirklich ein bisschen schwer gewesen. Da auch wieder weiterzumachen. Bin ein bisschen enttäuscht, wirklich. Aber gut. Kann man halt nichts machen, wenn der Entwickler halt ein bisschen blöd herum. Ja. Ja. Entwickelt. Viele Fehler macht und... Ja, manches einfach nicht verbessert. Aber gut. Wir werden ja sehen, was noch läuft. Und wann der Patch, der wirklich kommt und bringt, auch kommt. Ich schätze mal Ende Mai, Anfang Juni. Und ja. Genau. Jo. Ich denke, es kommt morgen oder übermorgen dann wieder ein Part. Also es kommt ein mehr öfters Part. Ich danke. Ich bedanke mich nochmals fürs Zusehen. Und, äh, jo. Schreibt mal ein bisschen in die Kommentare. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.